Es gibt mehrere Gründe, warum eine Straße in dem einen Fluss verlaufen könnte. Hier sind einige mögliche Erklärungen. Erstens, historische Gründe. In vielen Fällen würden Straßen entlang der Flüsse angelegt, um den Transport von Waren und Personen zu erleichtern. Flüsse boten eine natürliche Transportroute und dienten als wichtige Handelswege. Durch den Bau von Straßen neben den Flüssen konnten die Menschen diesen natürlichen Wasser Straßen nutzen, um gleichzeitig eine Verwindung zu den umliegenden Gebieten zu schaffen. Zweiter Grund sind die topografischen Bedingungen. Flusstäler bieten oft flaches und sanft abfallendes Gelände, was den Straßenbau erleichtert. Das Vorhandensein des Flusses kann bedeuten, dass das Gelände in der Nähe relativ schlach ist, was den Bau einer geraden und ebenen Straße begünstigt. Dies ist besonders vorteilhaft um den Transport über längere Strecken oder den Bau von Hauptverkehrsadern. Drittens, Wasserquellen. Flüsse dienen oft als wichtige Wasserquellen für Städte und Gemeinden. Durch den Bau einer Straße entlang des Flusses können Menschen leichter auf das Wasser zugreifen und es für ihre Bedürfnisse nutzen. Dies war insbesondere in früheren Zeiten von großer Bedeutung, als Wassertransport und Bewässerungssysteme essentiell waren. Der letzte Grund ist die natürliche Schönheit und Tourismus. Flüsse sind oft landschaftlich reizvoll und ziehen Touristen an. Der Bau einer Straße entlang des Flusses ermöglicht es den Menschen, die natürliche Schönheit zu genießen, einen leichteren Zugang zu touristischen Attraktionen wie Stränden, Parks oder Aussichtspunkten zu haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal.